Hallo, liebe Journalistinnen und Journalisten, liebe Experten. Ich begrüße Sie zu diesem virtuellen Pressbriefing des Science Media Center. Heute zum Thema Brain-Computer-Interfaces, Hintergründe zu Forschungsstand und Praxis. Mein Name ist Sarah Sievert und ich bin hier Volontärin im Bereich Medizin und Lebenswissenschaften. Weltweit arbeiten ja Technologiekonzerne und Universitäten mit Hochdruck daran, menschliche Gehirne mit Computern zu verbinden und wollen damit ganz neue Möglichkeiten der Steuerung und Selbstoptimierung schaffen. Vergangenes Wochenende erst hat eine YouTube-Präsentation des US-amerikanischen Technikvisionärs Elon Musk für Schlagzeilen gesorgt. An einem Versuchsschwein demonstrierte Neuralink den angeblichen Prototypen eines Gehirnschips, der Nervensignale aufzeichnen und per Bluetooth an einen Computer senden kann. Weil es keinerlei publizierte Forschungsdaten jenseits der PR-Show gibt, wollen wir heute mit Fachleuten die Frage beantworten, ob das Unternehmen tatsächlich weiter ist als andere Forschungsgruppen, die in der Öffentlichkeit weniger präsent sind. Dazu haben wir führende Forschende aus relevanten Disziplinen der Neurowissenschaften versammelt. Wie gewohnt können Sie Ihre Fragen hier im Chat stellen. Achten Sie dabei bitte darauf, diese an alle Teilnehmer zu senden, da mein Kollege sonst keinen Zugriff darauf hat und wir sie nicht berücksichtigen können. Ansonsten möchte ich hier direkt unseren ersten Wissenschaftler in der Runde begrüßen, Prof. Dr. Thomas Stieglitz. Sie sehen ihn hier links unten, ist Professor für medizinische Mikrotechnik am Institut für Mikrosystemtechnik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und außerdem Projektleiter im Exzellenzcluster Brain Links Brain Tools, ebenfalls der Universität. Dort forscht er seit Jahren an der Entwicklung biokompatibler Neuroimplantate, vor allem für therapeutische Anwendungen. Herr Stieglitz, inwiefern handelt es sich bei dem Neuralink-Implantat tatsächlich um einen Fortschritt auf dem Gebiet der BCIs? Halten Sie die Aufmerksamkeit, die Neuralink aktuell erhält, für gerechtfertigt? Ich habe mir Teile dieses Videos angeguckt in Ermangelung von Forschungspublikationen und bin doch schon sehr beeindruckt, in welch kurzer Zeit Neuralink geschafft hat, als Start-up-Company quasi auf den Stand der Technik zu kommen. Die Sachen scheinen sauber gemacht zu sein. Es handelt sich um polymerbasierte Dünnfilmelektroden, eine hermetische Kapselung mit Elektronik drin und ein drahtloser Link. Das ist mehr oder minder alles Stand der Technik und somit ist es glaubhaft, dass das Ganze arbeitet. Diesen Terminus Fitbit mit Drähten und wir sind jetzt ganz weit vorne, muss ich da ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen, sind sicherlich einige Features, die ganz lustig sind, wie diese Beschleunigungssensoren. Der Kernbereich des ganzen Implantates ist aber guter Stand der Technik und ich glaube nicht viel mehr. Okay, noch kurz zum Nachhaken. Also Neuralink hatte ja das Implantat auf 1000 Elektroden praktisch geupgradet. Ist das denn ein großer Fortschritt im Vergleich zur bisherigen Technologie oder wie viele Elektroden kann man eigentlich sinnvollerweise im Gehirn von Primaten platzieren? Diese Frage nach dem Sinnvoll möchte ich lieber meinen Kollegen nachher weiterreichen. Die Frage nach dem Fortschritt, da muss ich sagen, ja, das ist gut. 1000 Kanäle sind bis jetzt noch nicht so oft publiziert worden. Es gibt ein großes Forschungsprogramm in den USA von der DARPA, was auch in die Richtung Fortschritte vorantreibt. Die Frage ist immer, was ist dahinter? Also was machen die 1000 Kontakte? Kollege Fries und ich haben auch schon mal 1024 zusammengestellt. Die Frage ist wirklich, was können die aufnehmen? Wie viel kann ich davon parallel aufzeichnen und was fange ich damit an? Also Big is beautiful, aber wenn ich jetzt eine Million hätte und dann ist auch die Frage, was fange ich damit an mit den Daten und dann ist das Ganze gut. Okay, jetzt haben Sie ja schon auf Ihren Kollegen Dr. Fries, Professor Dr. Fries verwiesen. Dann mache ich mit dem mal gleich weiter. Professor Dr. Fries, hier rechts oben, ist Direktor des Ernst-Strüngemann-Instituts für Neurowissenschaften in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft in Frankfurt und er erforscht das Zusammenspiel neuronaler Netzwerke sowie die Verarbeitung von Informationen im Gehirn und ist außerdem noch im wissenschaftlichen Beirat des deutschen Neurotech-Unternehmens Cortec, das auch implantierbare Systeme zur therapeutischen Anwendung herstellt. Herr Fries, mal rein aus Sicht der Grundlagenforschung, in der Sie ja tätig sind. Wie schauen Sie auf das ganze PR-Theater von Neuralink? Was können BCIs aus Sicht der Fachwissenschaft denn realistischerweise überhaupt an neuronalen Aktivitäten auslesen? Also grundsätzlich denke ich, dass Neuralink und Elon Musk mit dieser Firma einen interessanten Ansatz verfolgen, den er auch sehr klar darstellt in seinem Eingangsstatement, nämlich, dass das Gehirn eben auch ein elektrisches Organ ist sozusagen und dass es deshalb besondere Möglichkeiten dadurch gibt, dass man mit dem Gehirn elektrisch interagiert. Sprich, also, dass man eben die elektrischen Impulse misst und dass man eben auch wieder elektrisch stimuliert. Das ist ja eine Möglichkeit, die grundsätzlich schon genutzt wird in der Medizin, zum Beispiel in der tiefen Hirnstimulation. Das stellt er ja auch dar. Oder eben, er stellt da dieses Utah Array, das im Moment so ein bisschen der Stand der Technik ist bei der Ableitung mit relativ 100 Kanälen aus dem Gehirn. Und da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr, das erreicht werden kann. Ja, es gibt ja viele Medikamente, die man einsetzt in der Behandlung von hirnbedingten Erkrankungen, aber die können eben immer im Wesentlichen nur dort angreifen, wo man bestimmte Rezeptoren modulieren kann. Und die sind nicht ganz genau auf den Ort und auch nicht ganz genau auf die Zeit sozusagen spezifisch. Und da gibt es eine große Möglichkeit. Und ich denke, das ist grundsätzlich mal ein interessanter Ansatz. Der da jetzt von einer Firma und einem, wie Sie sagen, einem inspirierenden Technologiemenschen wie dem Elon Musk da jetzt mit viel Publizität natürlich vorangetrieben hat. Sie haben ja jetzt schon den Einsatz in der Medizin ein bisschen angesprochen. Da kann vielleicht auch unser dritter Experte, Prof. Dr. Ali Reza Garabagi, irgendwas dazu sagen. Er ist ärztlicher Direktor am Institut für Neuromodulation und Neurotechnologie des Universitätsklinikums Tübingen und ist dort direkt in der klinischen Praxis tätig. Er bietet eben auch die Anwendung von BCIs im Rahmen von Therapien an, zum Beispiel in der Rückenmarkstimulation von gelähmten Patienten oder auch in der Therapie von neurodegenerativen Erkrankungen. Herr Garabagi, können Sie vielleicht kurz beschreiben, was derzeit der medizinische Stand der Technik im Bereich Neuromodulation ist und inwiefern Neuralink und andere Firmen da eine Rolle spielen? Ja, sehr gerne. Also vielleicht erst mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive ein paar Einordnungen zu dem, was jetzt passiert ist. Gerne können wir dann nachher so auf die medizinischen Details gehen. Also zunächst einmal so zum Überblick, was wir jetzt vor einigen Tagen gesehen haben, wurde ja uns auch vorgestellt als Zwischenbericht eines Projektes Neuromodulation und des dazugehörigen Unternehmens mit dem Vorschlag, einen implantierbaren Gehirnschip zu entwickeln, den man für medizinische Zwecke einsetzen kann und darüber hinaus. Und dieser Vortrag hat zu viel Aufmerksamkeit geführt, auch zu vielen Fragen. Und ich möchte mal drei dieser Fragen aufgreifen, die auch immer wieder auftreten. Und wir können gerne danach ein bisschen ausführlicher darüber reden. Die erste Frage ist, ist dieser Medienrummel überhaupt gerechtfertigt? Die zweite Frage ist, wo stehen wir gerade, medizinisch und wissenschaftlich? Und die dritte Frage ist, wo geht es hin? Was ist realistisch? Was können wir in den nächsten Jahrzehnten erwarten? Also bezüglich des Medienrummels glaube ich, dass er gerechtfertigt ist, aber aus anderen Gründen, als man meinen würde. Was der Gehirnschip wirklich leisten kann und ob dies auch aus medizinischer Sicht ein vielversprechender Ansatz ist, kann man diskutieren, wenn mehr Informationen und auch mehr Ergebnisse vorliegen. Das war ja bisher ein YouTube-Stream und noch keine wissenschaftliche Publikation, die man sich genauer anschauen kann. Wichtig sind in diesem Zusammenhang aber meines Erachtens zwei andere Themen. Zum einen, es gibt nach wie vor viele Menschen mit Gehirnschädigung oder auch Erkrankung, Hunderttausende alleine in Deutschland, für die es bisher keine sinnvolle Therapie gibt. Und das in Zeiten, wo wir planen, auf dem Mars zu fliegen. Also das ist tatsächlich ein Thema, das Aufmerksamkeit verlangt. Wir haben hier also ein wichtiges, ungelöstes Problem, das mehr Aufmerksamkeit benötigt und auch intensiv zusammen angegangen werden muss. Und ein anderes wichtiges Thema ist in diesem Zusammenhang, ist Neurotechnologie ein möglicher Weg, zumindest einige dieser Erkrankungen und Handicaps sinnvoll anzugeben. Und zwar noch in unserer Generation. Dafür muss dieses Thema viel mehr in den Fokus kommen. Wir brauchen also Investitionen, smarte Konzepte und kluge Köpfe. Und wenn dieser aktuelle Medienrummel dazu beiträgt, dann werden wir uns alle dessen bewusster und dann sind wir auch auf dem richtigen Weg. Und dann ist es auch richtig und gut, wenn es da rubbel geht. Darf ich da vielleicht nochmal kurz einhaken? Sie sagen ja, also und begründen das auch sinnvoll, dass Sie den Medienrummel für gerechtfertigt halten. Aber finden Sie es dann eigentlich okay, dass Fortschritte in dem Feld, also nicht mehr auf dem Weg der Kommunikation in traditionellen wissenschaftlichen Zeitschriften verkündet werden, wo auch eine unabhängige Überprüfung stattfindet, sondern dass das praktisch direkt rausgehauen wird an die Öffentlichkeit? Ja, das ist eine gute Frage. Selbstverständlich ersetzt der eine Weg nicht den anderen. Aber so wie ich diesen Zwischenbericht verstanden habe, galt das vor allem dem Ziel, neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Und wenn das dazu führt, dass Ingenieure, Informatiker, KI-Spezialisten, Neurowissenschaftler und auch Ärzte sich dafür entscheiden, an solchen Themen zu forschen und nicht meinetwegen an Raumfahrttechnik stattdessen, dann ist das grundsätzlich durchaus legitim, wenn mittel- und langfristig davon Patienten profitieren. Man muss sich, glaube ich, um das Ganze ein bisschen auch technologisch einordnen zu können, was die Therapie anbelangt, sich Folgendes vor Augen führen. Das Thema Gehirnschips und Hirnschrittmacher kam etwa zur gleichen Zeit auf wie die Mobiltelefone. Also so etwa vor drei Jahrzehnten. Wir alle wissen, was für ein großer Schritt es war, vom Festnetzanschluss zum mobilen Gerät, auch wenn dieses zunächst einmal so aussah wie ein Ziegelstein und auch nicht in der Funktionalität verglichen werden kann mit den Geräten, die wir heute haben. Die Hirnschrittmacher, die wir heute in der klinischen Praxis einsetzen, haben bereits mehr als 100.000 Patienten zum Beispiel mit Parkinson-Geräude. Und ihre Lebensqualität auch dadurch meist deutlich verbessert. Technisch gesehen sind sie aber immer noch auf dem Stand von vor mehreren Jahrzehnten. Also auf dem Stand der Mobiltelefone, die aussehend wie ein Ziegelstein noch nicht viel können. Deswegen brauchen wir dringend moderne Neurotechnologie, um auch anderen Patienten zum Beispiel nach Lähmung, nach einem Schlaganfall helfen zu können. Jedes Unternehmen, das sich damit beschäftigt, leistet also einen wichtigen Beitrag. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass es sich bei dieser Neurotechnologie um die reinen Werkzeuge handelt. Vergleichbar ein Skalpell oder einer Pinzette, die wir nutzen, um zum Beispiel am Gehirn zu operieren. Das Skalpell an sich heilt noch keinen Patienten. Dazu braucht es neuromedizinisches Wissen und chirurgisches Know-how. Um mit Neurotechnologie sinnvoll helfen zu können, brauchen wir also neben smarten Ingenieurinnen und Informatikern auch kluge Wissenschaftlerinnen und Ärzte. Innovative Neurotechnologie ist also eine notwendige, aber noch keine hinreichende Voraussetzung, um richtig helfen zu können. Okay, wie gesagt, die Technik an sich ist ja nicht neu, wie Sie ja selber jetzt auch gesagt haben. Passend dazu erreicht uns hier auch die Frage eines Journalisten. Sehen Sie denn die eigentliche Innovation von Neuralink möglicherweise darin, dass der Chip per Roboter implantiert wird? Also Neuralink demonstriert ja diesen OP-Roboter, der das in weniger als einer Stunde implantieren kann und dabei das Infektionshilfikum möglicherweise geringer ist? Also vielleicht auch an den Techniker oder an den... Ja, ja, ich würde da gerne mal einsteigen. Das ist sicherlich die offensichtlichste Innovation in der ganzen Pressemeldung. Dieser coole Roboter, der alles macht. Ich möchte aber auf die Aussage vom Kollegen Garabaki zurückgehen. Das, was in der Klinik im Moment verwendet wird, ist ein Ziegelstein. Also ich nenne jetzt die skandinavische Firma nicht, die diese Ziegelsteine gemacht hat. Aber das, was wir sehen, die Innovation, ist eigentlich das, was wir nicht sehen in dem Ding. Das ist eine Dünnfilm-Technologie im Nanometer-Bereich von Metall, im Mikrometer-Bereich von Isolationsmaterialien aus Kunststoffen und von tausend Kanälen, deren Information, also deren elektrische Signale über eine wasserdichte Verbindung vom Gehirn in das Innere eines wasserdichten Gehäuses gebracht werden, mit hochempfindlicher Mikroelektronik, um dort weiterverarbeitet zu werden und dann drahtlos durch den Schädelknochen hindurch nach außen transferiert zu werden. Natürlich ist die Signalaufnahme nicht drahtlos vom Nerven durch ein wundersames Medion in den Chip, aber wir haben hier keine Kabel mehr. Und wenn Sie gucken, beim Utah Array gehen noch 100 Kabel durch die Haut. Viele andere klinische Anwendungen wären zeitlich eingeschränkt auch in der Komplexität der Kanäle eingeschränkt, weil wir dicke Kabel haben. Und diese Kabel hier sind um ein Vielfaches kleiner, ein Einzelnes, als der Durchmesser eines menschlichen Haars. Von daher nochmal die Aussage, die Innovationen zu zeigen, das ist stabil, das ist über Monate stabil und wir testen das, das ist auch dann über Jahre und Jahrzehnte stabil, diese miniaturisierten Systeme. Das ist in der Tat eine große Innovation, die das ganze Feld auch voranbringen kann. Und die Frage, ob das publiziert werden kann, ist natürlich eine sehr spannende Frage. Wir erwarten, glaube ich, auch nicht, dass Daimler-Benz publiziert, wenn sie eine neue S-Klasse rausbringen in Nature oder Science, sondern wir erwarten, dass das Ding funktioniert. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen von jemand, der solche Neurotechnik entwickelt. Da möchte ich zurückwerfen auf einen Kommentar von Ali Reza Garabagi, was wichtig ist, das ist hinterher, dass das Studiendesign und die Anwendung der Werkzeuge, dass das sauber publiziert wird. Die Entwicklung, Herr Musk steckt da dreistellige Millionensummen rein, ist sehr verständlich, dass er vielleicht den Vorsprung durch die Investition auch ein bisschen bei sich halten möchte. Und das ist sicherlich ein Punkt, an dem wir alle genau gucken müssen, wie werden die Ergebnisse in der Anwendung hinterher publiziert. Ist das sauber? Ist das offen? Und kann die wissenschaftliche Gemeinschaft das auch nachverfolgen? Ich darf es vielleicht noch mal ganz kurz kommentieren. Sie fragten ja, wo liegt hier die Hauptinnovation? Und ich glaube, wir sind uns einig hier, soweit ich sehen kann, ist jetzt keine der eigentlichen Technologien, die hier jetzt zum Einsatz kommen, revolutionär. Also diese Dünnfilme-Technologie, die wird zum Beispiel von Herrn Stieglitz in Freiburg seit vielen Jahren weltweit führend betrieben. Das machen auch andere in den USA, in manchen Laboren. Das ist natürlich, das ist wirklich Hightech, aber da gibt es auch andere Top-Labore, die das können. Zum Beispiel das von Herrn Stieglitz. Die Async-Chips, die da entwickelt werden, ich nehme an, das ist grundsätzlich mal Standard-Chip-Design. Natürlich haben die das sehr schnell, sehr gut gemacht. Die Übertragung, die Wireless-Übertragung, das ist sozusagen auch, das ist State of the Art. Aber ich denke, was man hier, und der Roboter, gut, ja, das ist sicherlich innovativ, aber zum Beispiel arbeiten wir hier in meiner Abteilung an ganz ähnlichen Sachen. Ich denke, was hier bemerkenswert ist, ist, dass man hier, wenn ich dem Video richtig entnommen habe, 100 Leute zusammengebracht hat an einem Ort, in einer Firma und sich dieses eine Ziel vorgenommen hat, in möglichst kurzer Zeit diese Vision zu realisieren, die einfach gegeben ist, dadurch, dass diese Technologien da sind. Das ist ja gerade eine wichtige, wichtige, wichtige Einsicht, dass man sagt, wir müssen hier nicht irgendeine magische neue Empfindung machen, sondern die Technologien sind da. Ja, es gibt eine Möglichkeit, sie einzusetzen, aber um das dann wirklich zu tun, um diesen Hebel umzulegen, sind ja noch mal Jahre nötig und Millionen, die da hineinfließen, um das dann zu einer Therapie zu machen. Und das haben die sich offensichtlich vorgenommen. Und ich denke, darin liegt die Innovation. Das ist, um bei den Beispielen mit den Smartphones, oder Handys und Smartphones zu bleiben, Ich denke, die Technologien für Smartphones, die hat es wahrscheinlich lange vor dem ersten Smartphone gegeben, aber das zu sehen, dass da diese Möglichkeit dann existiert, damit diese Funktionalität zu erreichen und es zu machen, zu bauen und verfügbar zu machen, das ist dann halt eben noch mal ein großer Schritt. Und so erscheint es mir hier eben auch. Dann kurz dazu, wenn die Daten dazu erst mal nicht veröffentlicht werden sollen, wie stellen wir denn eigentlich sicher, dass die Technik sicher in der Anwendung beim Menschen ist? Also, welche Kriterien sind da an die klinisch relevante BCI-Technik anzulegen? Wie läuft die Qualitätskontrolle in so einem Fall wie bei Neuralink? Ich meine, das hat Herr Musk auch erwähnt, sowohl auf einer Folie als auch in einem Satz. Sie müssen in dem Land, in dem Sie klinische Studien betreiben wollen, zu der entsprechenden gesetzgebenden Stelle gehen. Das ist in den USA die FDA, die Food and Drug Association. Und in einem vertraulichen Kontrakt zwischen der Firma und der benannten, der gesetzgebenden Stelle dort, der Legal Authority, wird die Sicherheit geprüft. In Europa ist das das CE-Zeichen mit den benannten Stellen. Ich möchte jetzt nicht in die Diskussionen gehen, was besser ist, welche Art des Vorgehens, aber da werden die sogenannten grundlegenden Anforderungen, also die grundlegenden Sicherheitsfeatures untersucht. Und üblicherweise muss man dann in der ersten Studie angeben, was ist der bestimmungsgemäße Gebrauch, also wofür möchte ich das machen? Und dann gibt es entsprechende Regularien, wie ich nachweisen muss, dass bestimmte Sachen sichergestellt sind. Das kann sein, dass ich keinen elektrischen Schock kriege, wenn ich nicht möchte, dass mein Implantat von der Fremdkörperabwehr des Körpers nicht aufgegessen wird, dass keine giftigen Stoffe rauskommen, dass ich keine Wechselwirkung habe mit elektromagnetischen Feldern vom Radio, vom Smartphone, von was mir gerade so einfällt. Das muss dann festgelegt werden. Es ist eine sehr, sehr lange Liste. Und so wie ich es verstanden habe, will Neuralink durch den großen möglichen Impact, den Sie versprechen auf unterschiedliche Krankheitsbilder versuchen, da quasi einen Fast Track, also eine schnelle Möglichkeit zu bekommen, in die ersten Studien am Menschen eintreten zu können. Das sind dann Regularien, die in den USA entsprechend der Regeln da gehen. Da kann ich Ihnen jetzt nicht im Detail sagen, wodurch sich dieser Fast Track von anderen Wegen unterscheidet. Okay, und dann vielleicht nochmal ganz kurz dazu, falls Ihnen das auch bekannt ist, ist denn eigentlich bekannt, ob und mit welchen akademischen Forschern Neuralink zusammenarbeitet oder inwiefern sich die Firma mit der Fachwelt vernetzt? Soweit mir das bekannt ist, ist das eine rein privatwirtschaftliche Unternehmung von Elon Musk soweit. Das heißt, es wären die Fachleute, die ich brauche, von anderen Stellen abgeworben und dort eingestellt. Und soweit mir bekannt ist, ist auch keine öffentliche Förderung, egal von welchem Fördergeber im Spiel, sondern die intellektuellen Rechte sind allein auf das Unternehmen konzentriert. Okay. Ja, wir haben jetzt recht viel zum Unternehmen Neuralink gesprochen. Vielleicht nochmal eine konkrete Frage an alle, um jetzt zum Forschungsstand zu kommen. Was können BCIs denn heute schon konkret und was ist in den nächsten fünf Jahren Ihrer Einschätzung nach zu erwarten? Ja, ich kann mal dazu was sagen. Also mit Brain-Computer-Interfaces kann man heute natürlich schon viel aus dem Gehirn auslesen. Also was beispielsweise schon viel gemacht wurde, sind Arbeiten mit Rhesusaffen. Wenn man dort beispielsweise 100 Ableitekanäle in den Motorkortex einbringt, dann kann man beispielsweise die Stellung des Armes sehr genau dekodieren und kann dann zum Beispiel das Ersetzen durch ein Roboterarm, kann dann ein Roboterarm steuern. Was Neuralink hier sich vorgenommen hat, ist, denke ich, zweierlei, die Anzahl der Kanäle zu erhöhen und den Schaden, den man dabei am Gehirn verursacht, zu vermindern, indem man ganz, ganz dünne, flexible Folien einbringt, die auf jedem Folienstreifen mehrere Kontaktpunkte haben, sodass der primäre Schaden beim Einbringen einfach schon klein ist und auch der Langzeitschaden. Und natürlich ist es so, je mehr Kontaktstellen man zum Gehirn hat, desto besser kann man das Gehirn auslesen. Ich denke, ganz wichtig ist, ich denke, die Frage steht dann im Raum, kann man das Gehirn auslesen? Und die Antwort darauf ist, dass es keine schwarz-weiß Antwort ist. Also wenn man zum Beispiel von geeigneten Stellen im Gehirn ableitet, kann man heute schon sehr gut sagen, ob beispielsweise ein Mensch sich das eine Bild vorstellt oder das andere Bild. Aber das ist eine Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten. Diese Sache kann man nahezu hundertprozentig entscheiden mit diesen Ableitungen, ohne dass er einem das sagt. Aber damit kann ich natürlich nicht die reiche innere Repräsentation dieser Vorstellung auslesen. Wenn wir jetzt nicht wüssten, es ginge um das eine oder das andere Bild, dann könnten wir jetzt nicht einfach blind ableiten und sagen, oh, er stellt sich das vor und das sieht so aus und da ist das im Vordergrund, das im Hintergrund, das links und das rechts. Das können wir heute noch nicht. Aber dem käme man natürlich näher, wenn man von mehr Stellen im Gehirn mit mehr Kanälen ableitet. Und das ist natürlich das Ziel hier. Und insofern nachvollziehbar. Okay, aber das heißt, vom konkreten Auslesen von Gedanken sind wir noch ein Stück weit entfernt. Wie gesagt, das ist eine graduelle Sache. Also beispielsweise die ganz berühmte Pionierarbeiten in dem Bereich im Rhesusaffen haben Folgendes gemacht. Man hat einem Affen so ein Bewegungsmuster gezeigt, wo nicht ganz klar war, bewegt sich das nach oben oder nach unten oder nach rechts und nach links. Und bevor der Affe dann seine Entscheidung mitgeteilt hat, ob das jetzt nach oben oder nach unten sich bewegt, konnte man aus den geeigneten Hirnarealen schon vorhersagen, welche Entscheidung er getroffen hat. Aber das war eben, ich sage jetzt mal, eine 70 Prozent Trefferrate. Und da wusste man, es gibt nur zwei Möglichkeiten der Entscheidung. Aber das ist auch im Prinzip ein Gedankenlesen, sage ich jetzt mal, auf reduzierter Flamme sozusagen. Wenn man das jetzt mit 100 und mit 1000 Elektronen betreibt, dann wird man immer besser. Und dann kann man nicht nur zwischen zwei Optionen entscheiden, sondern zwischen 10 oder zwischen 50 Optionen. Und dann kommt man natürlich so etwas wie Gedankenlesen letztlich immer näher. Da gibt es in meinen Augen keine grundsätzlichen, wie so eine Art Phasenübergang, sondern das ist grundsätzlich der Weg zum Auslesen des Gehirns. Sie haben ja gerade angesprochen, also man kann umso komplexere Sachen ablesen, je größere Bereiche man theoretisch abdeckt. Jetzt ist zum Beispiel der Chip von Neuralink ist ja relativ klein, also auf einen kleinen Bereich konzentriert. Wie wichtig ist es denn, in welchen Bereichen des Gehirns jetzt diese Elektroden ansetzen? Ja, das finde ich ein hervorragendes Problem, der auch ein bisschen in die Richtung geht, was Herr Garawagi gesagt hat, dass es eben nicht nur um diese technologischen Aspekte geht, über die jetzt da gesprochen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute bei Neuralink diese anderen Aspekte vielleicht auch im Blick haben, aber zumindest wird da nicht drüber gesprochen. Also ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man diese Technologie im Gehirn auch ganz genau dorthin bringt, wo die entscheidende Information dann zu erhalten ist oder wo stimuliert werden soll. Beispielsweise, aber da kann der Kollege Garawagi bestimmt viel besser was zu sagen, wenn man zum Beispiel tiefe Hirnstimulationen, Elektroden implantiert, dann wird ja vorher auch erst durch Pilotpenetrationen genau geschaut, wo genau muss die Elektrode hin. Zumindest manchmal. Und wenn sie dann sitzt, wird noch ausprobiert, wo es am besten funktioniert. Nur um ein Beispiel zu nennen, das ist sozusagen nochmal eine Wissenschaft für sich. Und Sie sagen es ja selbst, also dieser Chip selber ist, er sagt ja so groß wie eine Coin, also wie so eine Münze. Die Elektroden können ein bisschen weiter verteilt werden, die hängen ja in diesen, sozusagen sind diese Fäden. Aber grundsätzlich scheint das eine Technologie zu sein, die sozusagen für mehr oder weniger eine Stelle gedacht ist. Also ich sage jetzt mal, vielleicht so ein Handteller großer Bereich maximal, der damit vielleicht abgedeckt werden könnte. Und damit kann man sicherlich schon viel machen. Also wenn man das beispielsweise im Motorkortex positioniert oder im Motor- und somatosensorischen Kortex, also wo das Fühlen stattfindet und die liegen glücklicherweise direkt nebeneinander, da könnte man sicherlich in manchen Patientengruppen sehr, sehr viel machen oder im Parietalprotex, wo gewisse Bewegungssteuerungen vorgebahnt werden oder im Präfrontalprotex. Aber langfristig muss man bestimmt an mehreren Orten im Gehirn gleichzeitig ableiten und stimulieren, zumindest für manche Therapieansätze. Und wenn ich das richtig verstanden habe in dem Video, haben die jetzt in Schweinen auch schon mehrere von diesen Devices eingesetzt. Also ich glaube, es wurde von zwei oder dreien gesprochen. Das ist also ganz offensichtlich der Ansatz und das wird auch notwendig sein, zumindest für manche Anwendungen. Wir fragen sich ja gerade in dem Zusammenhang, was bringt es für die Medizin, was bringt es für Patienten und was ist vielleicht auch möglich außerhalb der Patienten? Das ist ja so ein bisschen eine Frage, die immer wieder aufgekommen ist. Und da ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich mal so eine Zeitschiene zu überlegen. Wir hören von ambitionierten Projekten und ehrgeizigen Plänen und die Frage, wie gerästisch ist das? Und was wir kurz-, mittel- und langfristig bereichen können, hängt natürlich auch in dem Zusammenhang sehr stark davon ab, wie viel wir als Gesellschaft oder auch als wissenschaftliche und klinische Institution oder auch als Unternehmen bereit sind, in diese Richtung auch zu investieren. Es hängt aber auch davon ab, welche Konzepte die wir verfolgen und ob wir auch die richtigen Teams, die richtigen Leute zusammenbringen, die daran arbeiten. Also über Zeitschienen zu überlegen, macht vielleicht Sinn, wenn wir sagen, eine eher kurz- oder mittelfristige Zeitschiene sind Entwicklungen, die wir selbst aktiv noch mitgestalten können. Da ist die Frage, was können wir da erreichen? Da kann ich vielleicht ein paar Beispiele nennen. Eine etwas längerfristige Zeitschiene wäre langfristig, dass man sagt, was erleben wir vielleicht noch in unserem Leben? Und dann gibt es den Bereich, der vielleicht theoretisch möglich ist, aber den wir vielleicht selbst nicht miterleben können. Das wäre dann quasi eine ultra lange Zeitschiene. Wenn wir jetzt also über kurz- und mittelfristige Aspekte reden, die wir alle aktiv mitgestalten können, dann ist es sicherlich realistisch, vorausgesetzt, wir haben die richtigen Werkzeuge, wir haben die richtige Neurotechnologie, dass wir den Patienten, denen wir jetzt schon helfen, durch Neuroimplantate zum Beispiel, noch besser helfen können. Und es ist auch wahrscheinlich, dass wir Patienten, denen wir bisher noch nicht helfen können, durch intelligente Neuroimplantate, die eben technisch so ausgefeilt sind, wie wir das brauchen, auch denen helfen können. Vielleicht Patienten, die zum Beispiel nach einem Unfall oder einem Schlaganfall den Arm nicht mehr bewegen können oder nicht mehr laufen können. Da erscheint es durchaus realistisch, wie gesagt, vorausgesetzt, wir haben die notwendigen Ressourcen, die guten Konzepte und auch das richtige Team, die richtigen Köpfe dafür, dann erscheint mir das durchaus realistisch, dass das kurz- und mittelfristig Ziele sind, die wir umsetzen können. Entscheidend ist aber in dem Zusammenhang, wie das jetzt schon angedeutet ist, welche Konzepte wir da weiter folgen, wollen wir eher das Gehirn auslesen und über das Gehirn Geräte ansteuern, klassische Brain-Computer-Interfaces, ist das die Richtung, die wir verfolgen, oder wollen wir vielleicht das Gehirn an bestimmten Stellen so aktivieren, stimulieren oder an anderen vielleicht inaktivieren, dass wir die Lernfähigkeit und Plastizität des Gehirns fördern. Das ist vielleicht auch ein Ansatz, der vielversprechender ist, dass man dem Gehirn sozusagen die Möglichkeit gibt, selbst sich zu erholen, selbst zu lernen, aber durch Technologie diesen Prozess etwas gerichteter ablaufen lässt, stärker unterstützt. Und das sind alles Themen, die wichtig und sinnvoll sind und auch, wie ich noch mal betont, es kommt auf die Technologie einerseits an, aber es kommt auch genauso auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse an, auf die Ärzte, Medikiner, die dort mitwirken. Wir brauchen da tatsächlich ein interdisziplinäres Team und vielleicht im Gegensatz zu früheren Zeiten von vor Jahrzehnten mehr Ingenieure und Informatiker als früher, aber in gleicher Weise auch Neurowissenschaftler oder Mediziner. Und alles, was wir darüber hinaus gehört haben, dass wir vielleicht auf andere Arten und Weisen kommunizieren können, direkt von Gehirn zu Gehirn oder über deinen Computer, das sind Themen, die wir vielleicht zum Teil noch erleben werden, also langfristige Themen, vielleicht auch nicht. Und alles, was darüber hinausgeht, da sind wir wahrscheinlich, was wir über das Gehirn wissen, noch nicht so weit, dass wir, selbst wenn wir die modernste Technologie hätten, die Signale aufnehmen kann, dass wir das so sinnvoll nutzbar machen können, dass Patienten davon anhalten profitieren. Ja, es gab ja so Ideen, ob wir alle unsere Gedächtnisinhalte quasi auslesen können und auf einem Chip speichern können und damit sozusagen einen Backup unserer Persönlichkeit schaffen. Das sind Themen, da wäre man schon sehr überrascht, wenn wir das erleben würden. Und ich glaube, da müssen wir auch sehr genau voneinander trennen, was immer gern durcheinander geht. Das ist wirklich, was macht das Gerät? Nämlich wertneutrale elektrische Signale erst mal aufnehmen aus dem Gehirn und die Signale haben unterschiedliche Bedeutung, je nachdem, wo ich sie herhole. Und was mache ich dann mit den Daten und was für eine Geschichte verkaufe ich damit? Das, was Pascal Fries und Alireza Garabagi eben gesagt haben, geht noch sehr in die physiologischen Prozesse. Ich denke, ich bewege den Arm und bewege dann den Arm. Ja, das sind Daten, die würde ich sagen, die würde ich auch meinem Nachbarn zur Verfügung stellen. Aber meinem Nachbarn würde ich, glaube ich, nicht zur Verfügung stellen. Wenn ich an Erdbeermarmelade denke, dass ich an den Schrebergarten meiner Eltern denke, vielleicht an eine Kittelschürze meiner Großmutter, und an den Geruch von Sommer. Ja, also das sind so Geschichten, gerade wenn es auf die Ebene, ich will Gefühle auslesen, ich will Gedanken transferieren, dass wir da sehr genau gucken müssen, was verbinden wir semiotisch damit, was ist kulturell bei uns da hinterlegt und was bedeutet das? Muss ich diese Daten schützen? Da gibt es Initiativen vom Deutschen Bundestag, zum Beispiel in Europa, um da auch Gehirndaten in sensible Daten mit reinzunehmen. Da ist sicherlich auch die große Fragestellung, was wollen wir als Gesellschaft hier in Deutschland und Europa einfach für Rahmenbedingungen setzen? Und das sollte man durchaus unabhängig von den technologischen Möglichkeiten ernsthaft diskutieren und bitte aber auch unabhängig davon erst mal, um dann auch sehr genau den Review zu machen mit den technologischen Möglichkeiten, was geht da und was geht da nicht? Und wenn ich das ganze Gehirn auslesen müsste bei mehreren Millionen Nervenzellen und jeweils 10.000 Verbindungen von einer zur nächsten, dann muss ich auch wissen, was die miteinander machen. Also das, ich nehme manchmal das blöde Beispiel, wenn ich Ihnen irgendwie ein Auto auseinander geschraubt vor die Füße werfe und daneben noch einen Kanister Benzin stelle, also ich rede vom Verbrennungsmotorauto, noch Oldschool, dann können Sie damit auch nirgendwo hinfahren. Ja, also diese Frage, wie kriege ich die Daten zusammen und welches Wissen benötige ich? Das geht natürlich einher mit den Möglichkeiten der Werkzeuge. Je bessere Werkzeuge ich kriege, je mehr Neurotechnologie ich habe auf einem hohen Niveau, desto mehr Wissen kann ich auch erlangen. Aber man muss auch sagen, dieses Wissen ist auch noch nicht vollständig da und da ist es sicherlich auch in unserer gesellschaftlichen Verantwortung da, Leitplanken zu ziehen und sicherlich auch in Europa andere Leitplanken als China oder die USA sie ziehen würden. Das ist jetzt vielleicht auch noch mal ein ganz kurzer Kommentar. Also ich stimme dem Thomas, da steht jetzt völlig zu und ich würde es noch gerne erweitern. Also da geht es jetzt um die Daten selber, aber ich denke, es steht dann auch im Raum, wo überall könnte so ein Link eingesetzt werden. In seiner Präsentation spricht der Elon Musk ja von Treating Important Brain and Spine Problems, glaube ich, so ungefähr. und ich bin überzeugt, dass genau da wirklich ein großes Potenzial liegt und das auch tatsächlich geschehen sollte. Aber ich persönlich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass es genau wichtig ist, dass alle, die darüber reden, sich klar sind, egal wie miniaturisiert diese Elektroden sind und wie sehr das vielleicht in den Schädel integriert ist, das ist ein massiver Eingriff. Also selbst wenn man da jetzt vielleicht keine Blutung oder Mikroblutung sieht in diesem Insertionsvideo, das da ja auch gespielt wird, da gibt es natürlich auf ganz mikroskopischer Ebene gibt es natürlich immer per Definition leichte Schäden am Gehirn. Ich meine, man hat in den letzten Jahren festgestellt, wenn man unter eine bestimmte Grenze geht, scheint das Gehirn tatsächlich nicht mehr aktiv darauf zu reagieren, auf diese miniaturisierten Elektroden, wahrscheinlich weil die eine gewisse Flexibilität überschreiten, also weil das Gehirn die sozusagen nicht mehr spüren kann. Was früher anders war, wenn die sozusagen das Gehirn, das es sich sozusagen daran gerieben hat, sage ich jetzt mal. Das ist schon bemerkenswert, aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, das wäre kein tiefgreifender Eingriff. Das ist natürlich ein massiver Eingriff, und wird immer ein Risiko mit sich bringen und meiner Meinung sollte deshalb auch immer ganz strikt auf bestimmte Indikationen festgelegt sein, die dann natürlich irgendwie gesellschaftlich verhandelt werden müssen. Direkt dazu, weil es eben aus journalistischer Sicht auch recht wichtig zu sein scheint, nochmal zwei kritische Nachfragen zur Neuroethik, die Sie ja auch schon angesprochen haben, zum Schutz dieser Daten. Inwiefern haben Personen ihrer Ansicht nach tendenziell in Zukunft überhaupt noch die Hoheit oder Kontrollmöglichkeit darüber, was das BCI-Interface aus ihrem Gehirn ausliest oder von ihr weg überträgt? Und wie werden solche Fragen eigentlich ethisch rechtlich diskutiert? Das ist ja jetzt gerade so in den Händen der Privatwirtschaft durchaus kritisch zu hinterfragen, oder? Das ist durchaus kritisch zu hinterfragen, da gebe ich Ihnen völlig recht und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß jetzt nicht, welche Art der Daten in der Datenschutz-Grundverordnung mit drin ist oder nicht. Wir müssen aber aufpassen, wenn wir Neurodaten definieren, was wir damit meinen. Für mich ist Neurodaten zum Beispiel auch, wenn ich mir ein Aktionspotenzial von einer Zelle angucke und damit können wir nichts anfangen, ja, datenschutzrechtlich oder wenn ich an sensorisches Feedback denke, nach Amputation um Prothesen zu steuern, was sollte eine dritte Person mit diesen Daten anfangen? Also zum einen, wo soll diese Person die her haben und wie kann das passieren? Ich glaube, was darauf geachtet werden muss, dass man in Datenbanken das Ganze anonymisiert und dass man Rahmenbedingungen schafft, in denen die Handhabung von Menschen mit Neuroimplantaten geregelt wird und das ist eine Frage der Gesellschaft. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Ist das eine Behinderung? Ja, dann könnte ich mir einen Scanner, ich weiß nicht wie, ja, ich könnte mir ein Röntgengerät einbauen in die Human Resources Abteilung bei den Vorstellungsgesprächen, ich durchleuchte meinen Patienten, meine Patientin und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ein Neuroimplantat ist ein Zeichen für eine Behinderung, weil ich zum Beispiel das Hörvermögen verloren habe oder an Morbus Parkinson leide und ich habe ein Implantat oder ich habe chronische Schmerzen und habe einen Rückenmarkstimulator oder das Ganze ist ein Life Science Feature, weil ich doppelt so schnell denke oder Infrarot sehen kann oder so ein Unflug. Wir sehen schon meine Wertung und dann wäre es eher ein Einstellungshemmnis, wenn ich diese Person nicht nehme, weil sie natürlich enhanced ist und augmented, aber das ist eine Frage, die wir auf gesellschaftlicher Ebene diskutieren müssen und da wird es nicht besser, wenn wir irgendwie die Privatwirtschaft immer so ein bisschen in eine Schmuddelecke stellen, was ganz oft passiert, das ist privatwirtschaftlich, das ist irgendwie ein bisschen Fui. Natürlich haben wir da Sachen gesehen, sei es der Dieselskandal, sei es Gammelfleisch, aber da gehören auch immer zwei Leute dazu, jemand, der glaubt, dass man für 1,99 Euro ethisch korrektes Schweinefleisch kaufen kann pro Kilo und die andere Seite, die das herstellt und ich denke, das ist eine Sache, wo wir weder mit dem Finger auf die Wissenschaft noch mit dem Finger auf die Privatwirtschaft zeigen sollten, sondern eher auf uns selber, was wir damit machen und wie wir da in Diskurs reingehen. Und konkret, welche Neurodaten sollten dann geschützt werden und unter die hochsensiblen Daten laut DSGVO fallen Ihrer Meinung nach? Gibt es da bestimmte Bereiche, die Sie eher für schützenswert halten oder die besonders sensibel sind? Also bei den gegenwärtigen Implantaten fällt es mir schwer, solchen Datensatz zu sehen, weil eigentlich meines Wissens diese Datensätze im Moment noch nirgendwo gespeichert werden und noch nirgendwo verfügbar sind. Das ist ja auch der Charme derjenigen Implantate, die mit einer drahtlosen induktiven Schnittstelle versorgt sind, dass die nämlich nur über ein paar Zentimeter über die Haut hinweg geht. Wenn ich jetzt freifeld funke wie ein Handy, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass sich einer eher einhacken kann. Allgemein würde ich sagen, es müssten die Daten geschützt werden, die Hinweise auf Erkrankungen geben, die Hinweise auf Gemütszustände geben und wir sollten da gucken, dass es einfach gute Rahmenrichtlinien gibt, die nicht an dem Willen und dem Finanzbedürfnis einzelner Personen hängen, auch nicht der Patienten. Also nicht, dass es wir dann in Schieflagen kommen, dass man seine Daten verkauft, weil man irgendwie davon Vorteile hat. Ich meine, da gibt es einige Science-Fiction-Romane, die da Dystopien uns vermitteln. Das ist sicherlich gut, die mal gelesen zu haben, aber das sollte man dann eher positiv umsetzen. vielleicht eine ganz konkrete Überlegung, die wir hier anstellen können. Wir sehen das ja am Thema Digitalisierung und Internet. Dort beobachten wir ja, diese ganzen Diskussionen rühren ja ein bisschen daher, was passieren kann, wenn wir hier in Europa oder auch in Deutschland in bestimmten Bereichen, sei es nun im digitalen Bereich, in den verschiedenen Internetanbietern, aber auch in anderen Gebieten, nicht selbst in der Lage sind, kritische Technologie zur Verfügung zu stellen. Und wenn es am Ende nur eine Firma gibt, die das anbietet, ist die Gefahr sicherlich höher, als wenn es mehrere Firmen gibt und es Alternativen gibt und wir hier auch in Europa und Deutschland gut aufgestellt sind. Das ist übrigens auch einer der Faktoren, warum die Entwicklung der bisherigen Hirnschrittmacher in den letzten drei Jahrzehnten nicht so war, wie wir uns das erhofft und gewünscht haben, weil es eben einfach nicht diese Konkurrenz gab, die wir in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben, im Feld der mobilen Telefone, um das direkte Beispiel zu nehmen. Also in dem Zusammenhang, je mehr wir uns Sorgen machen, um solche Themen, desto wichtiger ist es, dass wir selbst, auch bei uns hier, solche Themen mitgestalten, in der Richtung forschen, auch Unternehmungen gründen oder unterstützen, die sich auf dem Gebiet beschäftigen, damit wir dort mittel- und langfristig auch unsere eigenen Regeln aufstellen können und unseren eigenen Standards folgen können. Jetzt noch mal ein bisschen weg vom Thema der Ethik, sondern mehr zu den konkreten Anwendungen oder was potenziell möglich ist, weil uns hier noch ein paar drängende Fragen erreichen. Also jetzt noch mal an Sie, Herr Fries, wird man denn mit dieser neuartigen WCI-Technologie auch in tiefe Bereiche des Gehirns vorstoßen können und zum Beispiel auch neurologische Prozesse, die von der Amygdala gesteuert werden, beeinflussen können? Also ist es zum Beispiel möglich, Gefühle zu steuern? Also die Antwort darauf ist, da bin ich mir recht sicher, dass die langfristig ja lautet. Also rein technisch ist es ja so, dass auch schon jetzt gerade die tiefe Hirnstimulation, wie der Name ja schon sagt, tiefe Strukturen im Gehirn angeht, sehr erfolgreich bei Parkinson. In den letzten Jahren werden ja ähnliche Technologien mehr experimentell auch eingesetzt im Bereich von schwersten Zwangserkrankungen, also Zwangsstörungen, obsessive compulsive disorder oder schwerste Depressionen, teilweise mit Erfolg. Und rein von der Technologie her, die Technologie, die da von Neuralink vorgestellt wird, die ist grundsätzlich richtig in der Lage, auch tiefe Strukturen anzugehen. Ich glaube, das wird auch kurz angesprochen in der Question and Answer Session. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird da darauf geantwortet, dass es im Moment nicht der Fall ist bei dem jetzigen Stand, den sie haben, aber dass sie darauf hinarbeiten und soweit ich das sehe, ist das von von den Technologien, die da zum Einsatz kommen, grundsätzlich kein Problem. Und dazu gehört dann natürlich zum Beispiel auch als eine der wichtigen tiefen Hirnstrukturen, die Amygdala, die eine wesentliche Rolle spielt in der Emotionsregulation der Empfindung von Emotionen. Also ich denke, dass das sicherlich ein Zielort sein könnte von zukünftiger Interventionen. sicherlich. Okay, dann hätte ich jetzt noch schnell zwei Fragen, weil die Zeit ein bisschen drängt, deshalb mit der Bitte um kurze Antworten. Zunächst einmal, Elon Musk träumte auch von Anwendungen jenseits der Medizin. Also könnte ein Hirnchip theoretisch auch mal das Smartphone ersetzen. Was meinen Sie dazu? Also ich hatte es vorhin schon mal versucht zum Ausdruck zu bringen. Also ich sehe das als ein guter und wichtiger Ansatz, das für Teile der Medizin zum Nutzen zu bringen. Ich sehe das persönlich sehr skeptisch, wenn man über Einsätze im Bereich Enhancement, Gaming, Smartphone und so weiter spricht. Das ist meine persönliche Meinung. Also es werden Leute machen, aber sinnvoll erachte ich das nicht. Gerade bei einer Erfolgsrate von 70 bis 80 Prozent. Ich darf Sie alle erinnern an irgendwelche Telefonautomaten von vor zehn Jahren, wo wir irgendwas über einen Telefonassistenten besprechen sollten. Das heißt, jede dritte von zehn Antworten ist falsch. Oder überlegen Sie sich, Sie trinken morgens Kaffee und an drei von zehn Tagen schütten Sie sich den heißen Kaffee über die Beine. Dann wissen Sie im Alltagsleben, was 70 Prozent sind. Und Medizinprodukte sind üblicherweise bei zwischen 95 und 99 Prozent und höher, was an Zuverlässigkeit und Sicherheit geht. Und das muss man dann auch wirklich immer gucken, welchen Preis hat es. Es wird sicherlich Leute geben, so wie wir Biohacker haben, die sich auf dem Küchentisch irgendwas selber implantieren, die das machen werden. Aber ich denke, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist. Das ist ja auch mit einer Reihe von Risiken behaftet. Also dazu auch nochmal direkt eine kurze spezielle Frage zu den Risiken. Vielleicht an Sie, Herr Garabagi. fragt einen Journalist, Gliosis ist ja eine Art der Verletzung, die mit BMIs verbunden wird. Was ist das genau und können die Thread-Elektronen das wirklich verhindern? Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig verstanden habe. Gliose, sie hat gefragt, was ist Gliose. ja, Gliose. Gut, jedes Mal, wenn man in den Körper Fremdmaterial einbringt, reagiert der Körper auch. und erstaunlicherweise ist es so, dass die Systeme, die wir bisher ins Gehirn eingebracht haben, Hirnschrittmacher zum Beispiel, selbst wenn sie in die Tiefe des Gehirns gehen, funktionieren diese Systeme über einen relativ langen Zeitraum eigentlich einfach drei, muss man sagen, und zwar mit Prozentzahlen, die in dem Bereich sind, dass die Medizinprodukte zugelassen werden. Also, was wir auch nicht beobachten, ist, dass bei den meisten Patienten es erforderlich wäre, dass man zum Beispiel die Stromstärke, die man dort appliziert, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer höher stellen müsste, um eventuell irgendwelche Glioseerscheinungen, also Reaktionen des Körpers auf das Implantat zu überwinden. Das scheint nicht das Thema zu sein. Und das kann natürlich anders sein, wenn wir eine andere Art von Implantat verwenden, wenn wir statt einer Sonde viele Sonden verwenden, wenn wir statt relativ große Sonden in der Größenordnung von einem Millimeter Sonden verwenden sollten, die im Mikrometer Bereich sind. Das kann ganz andere Erfordernisse haben, wie stabil diese Implantate sind. Und ein Gedanke in dem Zusammenhang ist vielleicht, unser Ziel wirklich ist, dass wir in unserer Generation Patienten, für die es bisher keine Therapien gibt, zum Beispiel in der Lebung, wenn wir diesen Patienten helfen wollen, indem wir die Lernfähigkeit und Plastizität des Gehirns unterstützen, dann muss nicht zwangsläufig das kleinste System, das mikroskopisch einen kleinen Bereich des Gehirns abdeckt, das beste sein. Es müssen vielleicht nicht zwangsläufig tausende oder mehr Kontakte und Elektroden sein, die man dort einsetzt, sondern manchmal reicht es auch, wenn man einfach intelligente Systeme hat und die haben wir in dem Sinne bisher zumindest im klinischen Einsatz leider noch nicht, die in der Lage sind, vielleicht an ein, zwei, drei, vier oder meinetwegen zehn Stellen im Gehirn intelligent, das heißt zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art und Weise das Gehirn zu unterstützen und dabei auch dahin zu bringen, dass es sich erholt von einem Unfall zum Beispiel oder einem Schlafantfall. Also wir sollten auch in diese Richtung denken, die nicht zwangsläufig immer dann zum Erfolg führt, wenn wir skanieren, höher, sondern wo es auch darauf ankommt, wirklich aus einem tieferen Verständnis der europsychologischen Zusammenhänge und aus einem Verständnis der Medizin heraus, dort auf eine Art und Weise das Gehirn zu unterstützen, dass es sich selbst am besten helfen kann. Das sind auch Richtungen, die wir denken sollen, die dann zum Tragen kommen, wenn diese Forschungsrichtung nicht zu stark nur aus der technologischen Seite, von der technologischen Richtung, von einem Machbarkeitsglauben her getrieben wird, sondern durchaus technologischer Fortschritt und hier auch High-End und deutlich mehr als das, was wir bisher haben, aber immer auch komplementiert durch gutes Know-how, durch medizinisches Wissen auch, durch Erkenntnisse auch, durch die tagtägliche Arbeit mit diesen Patienten, was hilft ihnen, wie kann man ihnen am besten helfen und wo ist es tatsächlich sinnvoll und zielführend, dort Systeme einzusetzen, um am Ende möglichst vielen Patienten möglichst viel Qualität zurückzugeben. Dazu vielleicht noch kurz eine Abschlussfrage an Sie, Herr Stieglitz, wurde denn schon auf Dauer getestet, ob so dünne Elektroden im Gehirn verbleiben können und dort auch nicht verrutschen oder zur Nadenbildung führen? Ja, das wurde getestet, zum Teil in Kooperation mit Pascal Fries, zum Teil in Kooperation mit anderen Partnern auf verschiedenen Ebenen. Wir haben Ergebnisse oder es gibt weltweit Ergebnisse im Moment so zwei, drei Jahre mit diesen dünnen Plastik, Elektroden mit dünnsten Metallen drin, dass sie stabil sind. Wir müssen auch immer unterscheiden, möchten wir nur aufnehmen oder möchten auch wieder was einspielen, also elektrisch stimulieren, auch da gibt es schon Ergebnisse. Es gibt auch schon Ergebnisse am Menschen aus dem peripheren Nervensystem, die aus Gründen, weil die Kabel noch durch die Haut gingen, auf sechs Monate ethisch begrenzt worden sind, um Entzündung und Spätfolgen möglichst gering zu halten und trotzdem den wissenschaftlichen Fortschritt zu generieren. Das sieht gut aus. Was ich persönlich noch herausfordernd ansehe, ist wirklich die Verbindung von den Elektroden zum Gehäuse. Da sitzen die ganz, ganz dicht beieinander und da muss man gucken, bleibt da die Isolation bestehen oder sehen die irgendwann alle das gleiche Signal, weil es Kurzschlüsse zueinander gibt. Und das ist sicherlich auch abschließend noch ein Punkt im Kontakt zum Gehirn. Das Gehirn ist nicht trocken. Das ist zwar, hat einen hohen Fettanteil, aber es hat eine gewisse Volumenleitfähigkeit. Das heißt, wenn ich ganz, 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 ganz viele Kontakte nebeneinander mache, in ganz, ganz, ganz kleinem Abstand, könnte es auch sein, dass die Volumenleitfähigkeit des Gehirns dazu führt, dass irgendwie 10 oder 20 oder 50 Elektroden das gleiche Signal sehen. Und es geht dann zurück zu Ali Reza Garabagi. Es muss nicht immer das Kleinstmögliche sein, sondern es muss das physiologisch Sinnvollste sein, was wir da haben. Und da hilft es, das Verständnis der Medizin und der Physiologie und der Neurowissenschaften in die Technik hineinzubringen, um da gute Systeme zu schaffen, die weder aufgegessen werden vom Körper, noch die den Körper irgendwie schädigen und um die keine Narbe oder nur eine ganz geringe Narbe drum herum wächst, dass da möglichst gut die gewünschten Signale aufgenommen werden können. Ja, das ist doch ein aufschlussreiches Abschlusswort. Den möglichen Blick auf die Zeit müssen wir jetzt auch langsam Schluss machen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich einmal bei den Kolleginnen und Kollegen für die wirklich interessanten Fragen und immer auch bei den Folgen, die uns Zeit gefunden haben, heute dabei zu sein und ihre Fragen zu beantworten. Und genau, dann vielen Dank und bis zu einem nächsten Pressbriefen für uns. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Wiedersehen.